Fußball ist meine große Leidenschaft. Ich spiele Fußball seit ich fünf bin und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, meine Mannschaftskameraden beim Training zu treffen. Als Mannschaftskapitän muss ich mit gutem Vorbild vorausgehen und meine Mitspieler motivieren. Hi, ich bin André, 15 Jahre alt und spiele in der U17 des Bersthofer SV. Wir haben diese Saison ein großes Ziel vor Augen. Wir fokussieren uns auf das Training, nehmen neue Herausforderungen an und versuchen aus Erfahrungen zu lernen. again. Also, wir haben diese Saison und wir haben diese Saison gehört, wenn wir